Liebes Team des Kinderpalliativzentrums, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer, ich wünsche alles Gute zum zehnjährigen Bestehen, herzlichen Glückwunsch. Ich erinnere mich noch gern daran zurück, wie das war vor zehn Jahren, als das Zentrum eingerichtet wurde. Sie kümmern sich um die Kinder, um die Familien, helfen denen sehr, aber sie tun eben auch was dafür, dieses Thema öffentlich bekannter zu machen und dafür zu sorgen, dass es ernster genommen wird, weil immer noch viele Menschen wahrscheinlich bis heute irgendwie noch nicht so richtig verstehen, wie schwierig das für Kinder ist und dass Kinder eben solche Schmerzen auch empfinden. Deswegen vielen Dank für die sehr konkrete Arbeit für die Kinder, aber auch für die Aufklärung in diesem Land. Und als kleines Dankeschön, dass ich gerade noch in Berlin bin, schicke ich Ihnen einen solchen Berliner Bär zu und vielleicht kann er ja gut angewendet werden bei den Kindern.